war die pc ja klar ja dann weil ich nicht wollte ja schweren heli machen wir haben die erste mission mit dem schweren helia also ist es egal jetzt hier sagt was ich machen muss wo ist er ich sehe gar nicht ja ja mit der große mitte bei auton beim shop habt ihr schon geschafft ja eine von euch hat die visite karte natürlich aber wir haben schon zehn sicher 15 mal probiert die von 15 mal drei mal funktioniert ja gut ich hab's auch noch nie mit schweren heli gemacht ja ein team landet mit ein team landet ich hab den kanister coolie deckel auch gut noch ein abend zu einer ist auch gedauert auf den zu ich bin rucksack für ihn gebe ich alles gut ich werde auf jeden fall noch einen normalen heli holen ich bin auf jeden fall mal gespannt was was das wird wir haben noch lange nicht genug warte ich hab schon ein bisschen brauchen 15.000 gleich gleich wir sind cool deckel vorne hatte ich hole den cool deckel ab jetzt haben wir genug mein geld liegt hier mach und nimm den grünen kanister dann gehen wir zum zum kleinen heli erstmal ich würde auf jeden fall sagen einer fliegt klein heli einer fliegt großen und droht be ja dann muss ich noch mal ding nee wir können auch so von hier aus hast du nicht stimmt oder und stimmt ja komm ja ja macht es ist in old town dass die bombe wird auch old town sein wollen wir mit element irgendwo ablegen oder wird das ganze zeit halten dann wird wahrscheinlich ja das zweite element können wir halten können wir kein fahrzeug benutzen ja ja kannst das muss einer von euch holen springen raus ich hole den geigen zähler machen bleibe im heli ja wir haben schweren werden aber auch direkt schon gefaltet geht zu deiner tanke geht zu deiner tanke ja wir gehen einfach hier unten zu der gegner ja dann können wir eigentlich reichst rausholen machen oder hier hinten bei bei dem hier oben ihr habt kein zähler gerade oder doch 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 komm ne 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 bei grün bei grün siehst du grün du bist so schnell würde auf den flyk zu dem fliegt zu denen gleich warte kommen ich habe eine jahr in warte ja ich kann gleich das zweite element allein noch hin zur not aber das ist wieder war ja 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 doch mal bleibt um ehrlich ja du kannst da hochklettern zur not muss er kurz runter kommen land einfach mal kurz ja dann gehe ich zum zweiten schon mal runter oder kommt er hoch ja du musst runter hier kommen schon welche wo bist du du bist beim low die ne der der heli ist schon da und gleich ich muss ich glaube ich ein bisschen werfen ja der ist so down ich werde von vier teams abgeschossen ich werde auch gepusht die von den bastarden ja die ich werde schon wieder gepusht von jeder seite junge ja wie ich kann ja nicht weg gehabt mich nicht abgeholt machen und was soll ich machen ich muss nicht ich wollte zu euch rüber gehen und zum zweiten element ich mache das zweite schon alles gut ich mache das alleine geht ja ja wir treffen uns dann bei popper wahrscheinlich der wird der schwere hingehen ja alles easy dumme was hat er gerade gemacht ja geämmt egal läuft noch alles easy wir haben das element gleich ich brauche nur die box beides so wichtig für mich ja hier ja ich mach dort muss man nur die schnittkopf einer fliegt bei uns hier ja wir müssen zum schweren heli problem ist die sind genau bei der sieb gleich ist sogar bei pop off dann wird die nuke wahrscheinlich military gehen oder auch pop off ich habe erst sechs und clusters gekauft dass man sicherheitshalber alles hat an welcher bist du das geht du musst auf der offen oben drauf mussten oder unten drunter müsste eigentlich gehen zur noten musst du unten drunter landen oder du scheißt drauf und gehst einfach hier zu der da lande wir müssen jetzt gerade laufen das ein bisschen anlage damit kauft ihr einen selfress noch bei mir sind schon wieder gegner die g das 23 tanksteine funktionieren nicht die schießen den heli übrigens auch unter ich habe den aber mal angeschossen aber ist der leer oder kannst du noch damit weg wir schießen auf jeden fall den heli runter bis unten ist down ist down ist down wir haben das element sehr gut da liegt noch ein selfress effekt ist geht zu der tank gemacht wird geht zu der tank ja wir müssen auch ein bisschen in deine richtung kommen einfach laufen einfach laufen ich kann mich beim shop holen ich schwierig da kann es versuchen zur not ich kann hier nehmen geldkopf wieder kommen nicht weg einfach links von uns du kannst schon mal hinfliegen eigentlich ich versuche hin zu spüren einfach ich habe ich nicht ich habe beide elemente geht nicht ich habe nicht mehr so viele platten leider wenn du den noch getrankt bekommst ja ja alles gut ich muss einfach erstmal versuchen durchzusnicken bis zum bombenblatt fliegt nicht zu nah an mich an jetzt kommt die rechte sipplein hin aber die fliegt nicht weit genug ihr habt gegner hier oben ja ich versuche es dann rein zu schmeißen ja können wir können wir aber du kannst einfach hinlegen zur not ich mache ich muss halt noch erstmal bis dahin kommen soll ich die neue wieder reinsteigen macht machen wir soll ich wieder ich bin gleich tot ich werde komplett gefaltet ich lande unten bei der tank irgendwo ich habe nicht mehr viele smokes an er ist nur noch eine ich bin fast 100 meter ja ich danke ich danke ich wollte die 70 meter kann jemand gleich bombe smoken ja ich versuche ohne ist easy ist easy ja ja ich packe rein ich place kann easy plan wir können jetzt in heli reinsteigen ich habe ihn aufgetankt mörser geht auf mich ja ja ich komme gleich das ding ist nur wegen entschärfen gleich ich habe die von meinem spot ja auch komplett außer ich werde gepusht ja ich bin genau daneben wenn gesmogt ist muss ich rein muss mir nur sagen wenn es du hast präzis oder ich habe gar nichts ja ich habe den heli ich danke ihn gerade ja ja wir brauchen nichts einer landet hinter dir marmut einer landet hinter dir beim dach oben oder hausmeister bei dir bei dir bei der hausmeister ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe alles easy ich habe meine kommt so von bei einer geht zur bombe einer kommt hier zur bombe er geht er geht alles gut ich sehe das als one shot ja ja alles gut hinter mir ist tot oh mein gott der hat mich gut es liegt aber von der esmine aufbauen bei ihr alles easy da diene dir den wiedereinstieg in kampen hast du keinen ersttrack ihr müsst pushen einer muss rein nachdem hat er entschirft oder was ja warum geht da keiner hin hast du ich bin gerade hingelaufen digi was soll ich machen digi wir sind beide gerade reingelaufen der spot den ich hatte war so gut aber ich hätte noch eingebracht bei mir ja 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 ja